Er schießt auf Damage Gideon Ist da ran gepusht und hat tatsächlich Zwei Kills machen können Mit dem, ein Kill, zwei Nocks Mit der HE und jetzt Paddy Close Das muss er doch wissen, dass Gideon da jetzt schon dran ist Boah, da kriegt man die Hilfsbund durch den Busch durch Final Gaming Nimmt Magnus komplett raus